Oh 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 Ist der Fall registriert? Danke, kleiner. Dein Abba! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, äh, malen Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der kleine? Ja, vielleicht. Das Original-Sax, mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Tios Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild den Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber ist denn Sie etwas Platz für den neuen? Man weiß ja nie. Der Konvoi. Dann los! Hey, Pete. Ich bin gleich da. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Es fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange Sie wenigstens die Octopus-Löcher gestoppt haben. Hoffentlich. Okay. Ich komm näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Malz, geht halt. Hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja. Aber in der Bodega gab es keine Kokosmus-Mild. Ich schau nochmal woanders. Oh, danke. Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja. Gute Idee. Bis später, Mom. Mom, wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Ich mach das total fertig. Okay. Bleib cool. Bleib cool. Du hilfst Spider-Man, einen Gefängniskonvoi zu schützen. Du schaffst das. Einatmen, ausatmen. Pete. Bist du hier? Ich brauch noch etwas Treibstoff. Wie kannst du... so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay? Los geht's. Helix 2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2. Wir haben sie erfasst. Das ist... eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Dog-Ocks Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Skorpion, vielleicht jemand Größeres. Okay. Wir haben ein Problem. Warte mal, es frisst mich. Ich schaff das, Pete. Keine Sorge. Meils nicht! Das ist sicher. Die dritten haben Helix 2. Das Gewicht zieht mich mit. Ich mache hier noch weiter weg. Da reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's. Helix 2, schluss ab. Helix 2, schluss ab. Achtung, Achtung, Achtung! Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay. Wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Bevor das passiert... Hallo, ihr kleinen Spinnen. ...und wer hat das? Miles! Ich nehme Rhino! Aber du musst die Ausbrecher aufhalten! Okay. Aufhalten. Mach ich! Erputz! Erputz! Das mit dem Heli war super. Hey Leute, wir können hier uns zusammensetzen und reden. Na los, es geht los. Wie läuft's da draußen? Ich hab fast alle. Ich hatte fast alle. Ich muss Pete helfen. Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Hast du Spaß? Ganz doch, du bist in Topform. Echt, auf dich wartet die große Barriere. Mann, der ist einfach zu gut. Das wird weg. Was macht die Straße, Spider-Man? Ganz ehrlich? Irgendwie erschreckend. Weihnachten in New York. So nah war ich noch nie an dem großen Rand. Nicht höre. Das ist Kunstwerk, wirklich. So würde sie es nicht sagen. Alexei, Lieblingsweihnachtslied. Nichts nach 1965. Super. Eins ist ein Sieg. Ich hab geschlüsselt. Weg hier. Hallo, du bist weg hier. Miles, ich brauche Hilfe hier oben. Passt das? Meine Bestandstimmung ist dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei. Mann. Das ist nicht gut. Oh, hey, sorry, Frohe Feiertage. Äh, Pete? Skala von 1 bis 10. Wie sind wir? 10 für die spektakuläre Show. 1 für die Schadensbegrenzung. Die Schlagzeile im Juge morgen. Bitte, Hammer! Wenn der Schlimmste eine diese Schlagzeile ist, haben wir Glück. Oh, Mist, Mist! Das Winterfest! Pete, ich krieg langsam ein übeles Gefühl, Mann! Denk nicht so was! Wir werden noch ein, wenn wir zusammenarbeiten. Wo wir gerade dabei sind, hilf mir doch mal! Ja! Ja, ich helf dir! Okay, Pete! Ich mach das! Rett einmal, ich komm rein! Oh, oh, oh! Warte, nicht die Worte! Festhalten, kleine Spinne! Spider-Man! Hey, Pete! Hey, ich grüße Hilfe! Oh, hey! Ja, Wasser! Ha! Hab mich! Du bist sicher! Ja, Spider-Man! Wow! Hast du weniger! Zerstörende Torhüter! Fliegen zwischen mit Father Volga! Das klingt nett! Ihr macht überleben, wo tot! Er kriegt mich! Nicht so nett! Hab dich! Ja, 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 ja! Danke! Gern geschehen! Weg von Babys! Hey, äh, du meinst, dass du Weihnachten ruhig hießt, oder? Gut, die letzten sechs Weihnachten saß ich in der dicken Stallmauern. Dieses Jahr will ich Spaß haben. Er ist eine Plage! Na, so lasch! Er ist eine lahme Plage! Zu simpel. Vielleicht er ist eine schwachköpfige... Hey, Jonas, siehst gut aus! Sehr festig! Plage! Eine schwache, tückische, irre Plage! Plage! Genau hier! Miro, woher ist das? Es ist schon spät. Hey, Mom! Ja, Kokosmelt. Danach such ich immer noch. Ist ein echtes... Abenteuer! Weißt du? Ja, äh, tut mir leid. Ich will die Bahn noch kriegen. Miramico, kuck mich nicht an. Hol die Mädchen, komm nach Hause, bitte. Sima, te quiero mucho. Hab dich auch lieb. Jetzt oder niemals! Wir müssen ihn stoppen! Schon unternichts! Wir müssen ihn erledigen! Schnell! Ja! Wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf! Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht! Ruf! Peace! Bist du okay? Oh nein! Oh nein, 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 nein! Alles klar! Ich hab ihn! Bin gleich da! Mach nicht mal reiz! Okay. Ja. Gib mir... ne Minute! Ne Minute! Kleiner Töpf an die Polizei! Beim nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen! Vielleicht... ...am besten nirgendwo! Mann, du hast alles, Alexei! Verschwemm dich, Spider-Man! Mach alles noch schlimmer! Mann! Ich will euch doch helfen! Was? Oben sind noch mehr! Erschieß ihn! Mit Vergnügen! Pete, hier draußen wird's brennlich! Schießerein zwischen Polizei und Ausbrechern! Hilf der Polizei! Ich halte hier! Na, hört was aus! Die zählt auf mich! Ich muss die Kerle aufhalten! Die sind überall auf der Brücke! Hat's nicht eh! Er darf nicht verlieren! Er verliert mich! Er macht mich! Oh! Mach! Peace! Peace! Halt euch! Man, halt euch! Spider-Man! Alles klar? Sarah? Pitt! Pitt!